Was für ein Nachmittag, was für ein Spiel. Der Tabellenführer schlägt den Tabellen dritten. 6 zu 3. Neun Tore in einem großartigen Bundesliga-Fußballspiel. Genießen wir die Atmosphäre hier im Stadion. Und ich bin schon gespannt auf die Reaktionen der Sieger und der Sieger. Ja, der erste, der Rede und Antwort stehen wird, ist einer der Torschützen am heutigen Nachmittag. Gleich ist er bei Thomas Rohn aus. Ja, Stefan Ilsanker, der Torschützer zum 2 zu 0, da hat es relativ eindeutig ausgesehen. Noch nach ihrem Treffer, am Ende 6 zu 3, wie nerven wir auf Reibald. War es? Ja, unglaublich, was wir die Fans geboten haben. Nicht nur wir, auch Rapid. Das war eine Partie auf höchstem Niveau, kämpferisch. Auch teilweise unglaublich schöne Aktionen, spielerisch. Und ich bin einfach noch froh, dass wir das noch dran haben und so deutlich gewonnen haben. Die Treffer zum 2 zu 0, wie haben Sie denn gesehen? Ja, gesehen habe ich gar nicht. Die haben gescherzelt, die hoffen natürlich, dass die irgendwo hinten reingeht. Und ja, war genau richtig, habe ich genau richtig erwischt. Stefan, eine Gratulation zum Sieg. Weiter. Dann weiter geht es jetzt mit der Analyse bei Roman Millich und natürlich bei Andy Felber.